Was ist jemand, was uns bei diesem Team-Event erwartet? Hot-Sole-Massagen, Becher-Müsli. Sicherlich der übliche Detoxing-Mist. Wer in der Business-Welt von heute weiterkommen will... Ladies and Gentlemen, willkommen in der Arena. Bist du einer von den Village-Pipel? ...muss neue Perspektiven einnehmen. Umziehen, Arschloch. ...die eigene Rolle hinterfragen. Expert-Konsultant, Teamleader, Senior-Konsultant. Folien-Häschen. Und auf alles vorbereitet sein. Don't move when we shoot! Das ist der nicht. Leute, schaut euch das an. Das ist die Bigstein-Experience. Ein hyperrealistischer Persönlichkeits-Stress-Test. Enjoy your stay, Arschlochs! Aber am wichtigsten. Denkt mal outside the box. Girl, das steigert sich ganz schnell in die Rolle rein. Now it's a fucking griega. Hört ihr nicht. Was für ein Stunt. Bravo! Das gehört wirklich so? Selbstverständlich. Ja. Ist das nicht alles ein bisschen extrem? Willkommen in der Business-Elite. Ich schneide unter seinem Bett einen Riesenhaufen bargeln. You want to die? Nichts die. Du machst das toll. Wirklich. Ich muss dich, verrie, weil duылf!」 Ich Mensch. Ich will Ihren Graf! Ich will Ihren Graf! Tick.